Nach rund acht Monaten im Mutterschutz ist Nina Enzmann ab sofort wieder in der Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« zu sehen. Es ist ein großartiges Gefühl, wieder am Set zu sein und Studioluft zu schnuppern. Meine ersten Drehwochen waren super, ich wurde herzlich willkommen geheißen und habe mich gefreut, das ganze Team wiederzusehen, erzählt die Schauspielerin im Interview mit GZSZ-Pressesprecher Frank Pick über ihre Rückkehr in den Job »Ich liebe die Arbeit und es ist ein Traum, beruflich das zu tun, was man liebt.« Für Enzmann steht außer Frage, Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Dass sie so schnell aus der Babypause zurückgekommen ist, hat übrigens keinen speziellen Grund, außer der pure Spaß an dem, was ich tue. Ich habe auf mein Herz gehört, abgewogen, was für uns machbar ist, und entschieden, dass es für alle Beteiligten absolut in Ordnung ist, wenn ich wieder arbeiten gehe. Und seien wir ehrlich, die Rechnungen zahlen sich leider auch nicht von allein. Im vergangenen Jahr erlebten wir, dass Jessica in der Serie ihre Ausbildung zur Pflegekraft am Jeremias-Krankenhaus nach einem heftigen Streit mit Klinikleiterin Inka Albrecht nicht weiterführen durfte. Sie zog nach Würzburg, um dort mit der Lehre weiterzumachen. Philipp, mit dem sie kurz zuvor endlich zusammengekommen war, folgte ihr wenige Wochen später. Jetzt sind die beiden wieder in Berlin. Doch für das Paar stehen große Veränderungen an. Jetzt sind Jessica und Philipp zurück in Berlin. Allerdings nur auf Stippvisite. Wie sie John, Emily, Tony und Luis erzählen? Wollen sie nach London ziehen? Wo Jessica ihre Ausbildung fortführen will. Doch dann die Hiobsbotschaft? Jessica hat den erforderlichen Sprachtest nicht bestanden. Jessica wird eine intensive Zeit durchleben, an der sie entweder wachsen oder zerbrechen wird. Es ist ein toller Handlungsstrang, bei dem ein großes, wichtiges Thema kritisch angesprochen wird, sagt Nina Enzmann. Und weiter, seit Jessica ihre Ausbildung im Jeremias-Krankenhaus begonnen hat, hat sie eine große Entwicklung durchgemacht. Ich finde es großartig, dass Jessica nun auch wieder Schwächen und Verletzlichkeit zeigen darf. Kein Mensch ist perfekt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und seine kleinen schwarzen Punkte auf der weißen Weste, so auch Jessica. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020